Die Alpen Atemberaubende Gebirgslandschaften direkt vor der Tür Schon immer nehmen Menschen die Herausforderung auf sich, dieses Massiv zu überqueren Das unbeschreibliche Gefühl, diese Berge zu bezwingen Dich selbst zu bezwingen Die Transalp ist die Skitour in den Alpen Dabei durchquerst du Italien, die Schweiz und Österreich Du hast die freie Auswahl zwischen drei Routen Zwischen drei Schwierigkeitsgraden Am Ende jedes Tages übernachtest du in einem Hotel oder in der Hütte Je nach Tour bist du fünf, sechs oder sieben Tage unterwegs Du wanderst bei jedem Wetter Du durchquerst jedes Gelände Du überwindest große Distanzen Du erlebst unberührte Natur Du überquerst die Alpen auf Skiern Du gehst nie denselben Weg zurück Und schließlich erklimmst du den Gipfel Du genießt die Abfahrt ins Tal durch frischen Tiefschnee Kein Tag ist wie der andere Du überwindest große Distanzen Du wählst eine von drei Touren. Dabei legst du je nach Route entweder 800, 1300 oder 1800 Höhenmeter pro Tag zurück. Entsprechend der Route steigt der Schwierigkeitsgrad. Du bist mit dem Umgang von Basis-Equipment vertraut. Du bewegst dich routiniert im Tiefschnee. Du bist in den Bergen in deinem Element? Dann stell dich der Herausforderung! Mountain Elements – Berge spüren Du bist mit dem Umgang von Basis-Equipment vertraut. Du bist mit dem Umgang von Basis. Gro belongetburstan Du bist mit dem Umgang von Basis-Equipment vertraut.